Start! Das ist Spaß, Mann! Jetzt geht's los mit Let's Play Lego Star Wars! Wir haben zwar schon alles durchgespielt, aber... Wir haben schon alles durchgespielt, aber es wird trotzdem... Ja, aber trotzdem können wir es auch machen. Wir machen es, yeah! Was wollen wir... Ja, ist alles dran. Ähm, was wollen wir machen? Ähm, gegen wen wollen wir jetzt erst campen? Und erst noch die Episode 1. Okay, aber nicht alles, oder? Nee, das ist verdrennt. Das stimmt nicht! Pass! Das haben wir gerade so geschafft! Also ich, ne? Wir! Das schlauert 51 Prozent! Wir haben durch! Ja, außer ein Level! Ähm, es war Verfolgung... Echt, Mann? Ja, eins haben wir noch nicht, aber... Oh, sorry! Oh, sorry! Ich hab ja immer gerne Verhandlung, sogar als... Uh, Verhandlung freispielen! Nein, nein, nein! Wir machen alles, glaube ich. Okay, story! Viel Spaß, Leute! Und wir müssen die Nacht mit euch zwei! Also, wir müssen die Nacht mit euch zwei! Einzelneisen! Okay, los! Hi, Droiden! Was geht? Das ist gefährlich! Wieso erkennt die Droiden uns nicht? Also, ich... Also, ich... Und mein Bruder... Also, ich bin Griper, ne? Ja, ich bin... Ja! Ähm, ich und mein Bruder haben schon alle Teile geguckt... Deshalb... Wir müssen nicht alles voraus und wir haben ja... Geht schon alles... Aber wir verraten... Ähm, natürlich nicht! Nein, wir verraten nix! Wir sterben leider, aber... Pech, Lieb! Ich weiß nicht, zeig ich euch mal ein Tänzchen! Ja, ich öffne mal die Tür, ne? Noch nicht! Zu spät! Achtung! Sie kommen! Ey, du bist so... Ey, schlag dich! Sorry! Das war ich! Sorry! Tut mir leid! Ich töte dich doch nicht! Ah! Oh! Ich hab einfach einen Inzip verrotten lassen! Wir gehen nach vorne! Yay! Wuh! Das ist übrigens die Wii! Auf der Wii spielen wir das gerade? Auf einer! Auf einer Wii spielen wir dieses geile... komplette Saga-Stouch! Ey, Julius! Das haben wir zum Gewürze gekriegt! Ich hab heute eine Corvette gesehen! Beim Einkaufen! Oh, sorry! Was? Das war ich! Der hat diesen lilanen Lichtschwert, das ist los! Das war... Das war der Druide! Ich mach das schon! Das war ich grad nicht! Beim nächsten Mal machst du das! Nö! Noch nicht weiter! Ich brauche mich auf! Hä? Ich will umändern! Oh, komm mal hier! So! Wer bin ich? Jetzt bin ich ein... Jetzt bin ich ein Pimmel! Oh, hey! Der will ich doch immer kommen! Wechsel! Ja, sorry! Wechsel! Ja, ich muss kurz wechseln! Zu wem? Zu dem hier! So, ich hoffe nicht auf! Ja, nein! Du musst das hinten! Ey! Perra! Okay! Dann berufen wir mich auf! Ich will nicht dieses Arschloch sein! Aber du gehst nicht vor! Nein! Bist du aber auch gekommen! Ja! Von daher! Müssen wir das schotten? Ja! Müssen wir! Mehr Kohle, Junge! Mehr Kohle können wir uns mehr kaufen! Wir könnten uns Geist Yoda kaufen! Wenn wir wollen! Also wir haben nicht so viel Geld bekommen! Der kostet! Kohle, Alter! Ich glaub ich hab alle erledigt! Nein! Ja! Ja, ich schaff! Ich geh runter! Okay! Oh, Scheiße! War der Schneider! Und... Inset verrottet! Ich geh schon mal nach da, also... Wir müssen uns aufhören! Okay! Das Kind kill ich auch mal! Nee, ich kann das Kind nicht machen! Und dort! Dann komm ich hier runter! Das ist weg, ja! Hier runter! Das ist der Kommentar! Ach! Das ist der Commander! Wow! Ich geh hier durch! Es könnte ein Druidikas kommen! Oh! Ich sollte hier nicht sein! Sorry! Ey! Da hinten steht ein Druidikas! Da hinten steht ein Druidikas! Da stehen Druidikas! Wuhu! Was schön für die hier! Der ist richtig spannend! Boah! Ich wünsch' nicht! Ich wär einfach so... Druidikas tot! Wahnsinn! Ich baller nur! Ich baller nur ab! Und tot! Und tot! Ich baller mich doch auf dem... Jedes fett verrottetes Teil! Okay, wir gehen mal drüber! Lassen wir den Penner nach oben stehen! Und die drüber! Ops! Ähm... Du fühltest dich grad selber! So sind alle weggefetzt! Komm, wir gehen! Okay! Aber wie! Wir brauchen den kleinen Penner! Welcher denn? Aus dem Minimarkt! Wir müssen den... Ja, verpiss' ich auch! Den... 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 Wir brauchen den Penner nach oben... Wir brauchen den Penner nach oben! Scheiße! Warum bin ich da jetzt oben? Nein, ich bin... Das dauert ja Glück! Ich bin kein Insider! Aber du bist kein... Nein, man... Du gehst nur was rein! Das... Könntest du sonst ein Hintern halt sein. Nein, du wirst nicht... Ja! Oh, warum tu ich's übertrieben? Oh, wie warm? Was machst du da? Deine Ernst? Ich mach den Pidelscheiße. Hm, fast 4000. Guck mal, wieviel Yoda kostet. Geht ja nicht. Ach genau. Geht ja nicht. Ja, ja nicht. Geht ja nicht. Ich hab tolle Magnet. Ja. Keine Summe, Timi. Tschüss. Hab ich schon mal rumgebracht. Das war ich. Scheiße, ich geh da nicht nachher. Vielleicht ist es noch... Ich warte schon. Nö, bin ich nur da und ich will kein Herz mehr. Ich sterbe. Schnell für dich, du hast das Power. Oh, ich hab einen auf so'n Ding getötet. Äh... Es ist Jar Jar. Du weißt doch nicht mal, warum es Jar Jar ist. Es ist aber... Ich bin doch... Es ist Jar Jar. Oh, jetzt voll übertrieben von Jar Jar, aber richtig schöner Trick, ne? Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Also, wir folgen jetzt Jar Jar B. Ich bin jetzt mal einfach hinterher. Ich bin nicht mehr mit. Doch, ja ich bin Jar Jar. Geil. Du wichst. Du wichst. Ich kann wenigstens hoch springen. Boah. Ja, ich bin mal ein Jar Jar. Ich kann nix. Du musst da hoch springen. Ja. Boah. Ey, mich macht das. So vielleicht? Ups. Nicht. Ey, wartet auf mich, Jar Jar. Boah, Jar Jar. Geht ihr? Ja, mich. Jar Jar, geh weiter. Komm, Bikes. So ist... Oh, ein Wichser. Ich bin nicht vor, ich erinnere. Komm. So, das war's erstmal für den Grad. Also, wir hören jetzt mal auf und machen gleich weiter. Also... Wir machen gleich weiter. Ciao. Ciao.